Die Futinia, auch Glanzmispel genannt, ist ein immer grüner Baum, der das ganze Jahr über grün bleibt. Der Baum bringt im Frühjahr auffallend weiße Blüten hervor, mit schönen roten Trieben. Durch seine geschlossene Struktur kann der Baum gut in verschiedenen Varianten verwendet werden, wie zum Beispiel in Kugel- oder Spalierformen. Im März oder April kann der Baum zurückgeschnitten werden und so in die gewünschte Form gebracht werden.